Musik Herzlich Willkommen Leute zu einem weiteren Pokémon Go Part. Heute sind wir auf dem Weg ins Industriegebiet, in das kleine Industriegebiet in der Nähe vom Flughafen. Und gerade waren wir hier noch am Pappelstadion, das kennt ihr ja noch. Und ja, jetzt geht es erstmal weiter. Vielen, vielen Dank für eure Tweets mit dem Hashtag DaluCardPKM. Ich habe schon ein paar gute Tweets rausgesucht und vielleicht habt ihr noch Bock weitere Bilder zu tweeten, wo ihr eure Pokémon gefunden habt, lustige Orte oder lustige Pokéstop-Namen. Mit dem Hashtag DaluCardPKM auf Twitter könnt ihr mir das zukommen lassen. Und ich denke, ich mache nächstes Mal ein Video über eure Pokémon Go Erfahrungen, wenn ihr das denn möchtet. Ich würde mich natürlich wieder sehr über euren Support freuen, aber jetzt geht es erstmal ins Industriegebiet mit dem Fahrrad und nochmal dem Fahrradgedudel im Hintergrund. Beim nächsten Mal suche ich dann einen anderen schönen Track raus. So, hier haben wir, wir haben wirklich schöne gerade Straßen hier, also schön lang, also so ein bisschen American-Style mit diesen Block-Einteilungen. Und ja, mit dem Fahrrad ist das immer eine ganz angenehme Sache, muss ich sagen. Also es macht ziemlich viel Spaß, Pokémon so zu spielen, gerade mit der Handyhalterung. Oh, apropos Handyhalterung. Viele von euch haben gefragt, was das für eine Handyhalterung ist. Ähm, die gab's in jedem, die gibt's immer in diesen Fahrradgeschäften für ganz wenig Geld. Die hat 9 Euro gekostet und eigentlich ist die fürs Handgelenk, also für den Arm. Das kann man sich an den Arm machen und dort das Handy reintun. Ähm, ich hab's einfach vorne an, ja, an die Stange vom Lenker gemacht und das hält wunderbar und das sieht auch fantastisch aus. Also kann ich wirklich einfach nur nach unten gucken, um, äh, ja, Pokémon spielen zu können, beziehungsweise um alles im Blick zu haben. Ähm, und hier im Industriegebiet haben wir nämlich ein paar coole Pokestops und an einem sind wir jetzt gleich auch schon. Äh, da halten wir jetzt an, ihr seht das da rechts schon. Ähm, diese kleinen Ausstellungsstücke, die gibt's hier des Öfteren und das sind die Pokestops in dem Spiel. Ähm, das müssen wir mal öffnen, zack, ein klein bisschen delayed ist es wieder, es liegt immer noch daran, äh, dass, äh, die Kamera in 60 aufnimmt, das Spiel in 30. Ja, die Raupe. Jetzt hab ich hier nur leider das Problem, äh, dass das GPS grad ein bisschen rumgesponnen hat. Ich krieg die items trotzdem, wenn ich da jetzt nochmal draufdrücke, steht, da versuchen sie später nochmal. Das heißt, ich hab die items schon bekommen. Äh, ja, versuchen sie's später nochmal. So. Das muss erst mal gefixt werden. Da ist ein kleines Taubsee gewesen, aber auf dem Taubsee haben wir es ja nicht abgesehen. Und in dem Video möchte ich noch über eine, eine wichtige Sache quatschen. Dort kommen wir gleich erst hin. Das dauert noch ein paar, äh, paar Meter. Und ich kann's aber jetzt schon ansprechen und euch gleich zeigen. Und zwar finde ich es toll, dass, ähm, eine Arena bei uns nicht besetzt wurde, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video gemacht habe. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile anders ist. Ähm, aber das hab ich schon öfter gesehen. Wir haben eine Arena, ähm, gesehen, die nicht besetzt war. Die haben wir auf dem Weg zur ESL One schon gesehen. Die hatten wir, ähm, halt jetzt hier in dem Video gesehen. Und zwar ist das ein Friedhof. Und die Arena ist nicht besetzt. Und das finde ich gut. Ich hatte, ähm, gleich, äh, links auf dem Pokeradar, seh ich acht, neun Pokestops direkt nebeneinander plus eine Arena. Und dachte mir, ja, nice, das ist doch, äh, da kann man doch mal vorbeischauen. Und, ähm, dann haben wir gesehen, das ist ein Friedhof und das mach ich nicht. Äh, das ist einfach so, das gehört sich nicht. Das ist vielleicht auch nicht der beste Ort für sowas. Ähm, das ist ein bisschen, ja, vielleicht schon ansatzweise makaber. Äh, auf jeden Fall haben wir das dann doch nicht gemacht. Ja, ich wollte zu diesem, zu dem Ort hin, ohne vorher zu wissen, was es ist. Als ich dann wusste, was es ist, haben wir es dann halt doch nicht, äh, sind wir doch nicht dran gewesen und haben da was aufgenommen. Und geschweige denn, sind wir überhaupt dran vorbei und haben da die Pokestops oder die Arena gelootet. Ähm, und was ich halt sagen wollte, ist, die Arena ist unbesetzt gewesen zu dem Zeitpunkt und auch schon zu dem Zeitpunkt der ESL. Und das finde ich toll. Ich finde es cool, dass sich die Leute, äh, hier in der Gegend, obwohl alle anderen Arenen besetzt sind, ähm, nicht diese Arena genommen haben. Ähm, ich finde, das ist ein ganz großer Schritt. So, und jetzt geht's aber schon zu den nächsten Pokestops. Äh, ihr seht, links auf der Karte, hier ist echt nichts in dieser Industrielandschaft, außer eine Firma nach der anderen. Ähm, aber wir fahren jetzt noch zu einem Pokestop und einer Arena. Was Pokémon angeht, die Spawn, hab ich nie besonders viel Glück. Da müsste man vielleicht mal in die Innenstadt. Vielleicht machen wir das beim nächsten Mal, wenn ihr möchtet, dass wir in die Dortmunder Innenstadt gehen. Und dort gibt's auch viel mehr Pokestops. Und vielleicht kündige ich das sogar an, ja. Und dann könnte man sich ja, keine Ahnung, in Dortmund, äh, irgendwo mal treffen und da zusammensetzen. Wenn alle Lockmodule mithaben, ja, dann lohnt sich das auch. Power leveln. Das wäre doch eine coole Sache. So. Jetzt, da sehen wir schon die Arena auf der Karte. Aber bevor wir gleich zur Arena gehen, holen wir uns noch einen lustigen Pokestop ab. Und da ist was gespawnt, ein Raupi. Und ich weiß gar nicht, halte ich für das Raupi? Weil Raupi, ne, ich glaub, ich hab's zu spät gesehen. Äh, Raupi gibt's bei uns relativ wenig. Also selten. Also wir haben hier eine Million Hornlius und Ratsfratze. Ja, aber, äh, Raupi hatte ich, äh, noch nicht gehabt. Also ich hab jetzt auch erst mal ein Smetbo. Da hab ich gehalten fürs Raupi, weil ich's jetzt erst gesehen hatte. Aber da war schon zu spät. Und das Raupi ist aus meiner Reichweite fantastisch. Aber da ist der Pokestop, zu dem ich hinwollte. Und gerade beim Drehen hat man auch schon gesehen, ähm, was ich meinte. Welche, welchen Ort. Auf jeden Fall, ähm, seid ihr oft noch draußen? Spielt ihr das noch oft? Es ist ja noch nicht mal weltweit, äh, released worden. Zum Beispiel Japan, äh, ist, glaub ich, jetzt mittlerweile erst released, äh, worden. Ähm, letzten, vor ein paar Tagen kam Kanada dazu. Also ich glaub, es ist einfach noch nicht mal weltweit draußen. Und, äh, es hat ja echt schon viele schöne Ereignisse mit dem Spiel gegeben. Ähm, natürlich auch die negativen Seiten, wenn Leute einfach nicht, äh, aufpassen oder nicht genug aufpassen. Ja, das ist natürlich immer sehr schade. Und das sollte auch niemals passieren. Ähm, aber wenn, was ich halt geil finde, ist, dass viele, viele YouTuber auch irgendwie auf Twitter sagen, ja, ich bin heute da und da. Und dann gibt's da so eine, so eine Riesen, ähm, ja, so einen Auflauer an Leuten. Und, äh, dann sammeln sich da alle und fangen zusammen. Das ist doch eine geile Sache. Kann man einfach nie abstreiten. So, hier wollen wir den Pokestop neu mitnehmen. Und, das ist so ein Holzmännchen. Haha, find ich ziemlich witzig. So. Da sind wir. Wir klicken den. Jetzt ist wieder Synchron. Der fleißige Zimmermann. Haha. Da kommt ein Auto. Schön dann von der Straße, weil auf der anderen Seite jemand geparkt hat. So, der fleißige Zimmermann. Der hat mir hier einen tollen Trank gegeben. Einen Hypertrank und zwei Pokébälle. Und, äh, da seht ihr das im Hintergrund links. Da sind super viele Pokestops. Und eine Arena. Und die ist umbesetzt. Äh, vorher wollten wir zu der anderen Arena gehen. Und dann wollten wir vielleicht darüber. Weil, wie gesagt, ich wusste nicht, was das ist. Ich hätte einen Pokestop vielleicht anklicken können. Dann hätte ich gewusst, was das ist. Ähm, aber als wir das dann gesehen haben, haben wir es dann doch nicht getan. Ich hab leider nichts gefangen. Nichts Tolles. Ähm, dafür muss man vielleicht wirklich in die Innenstadt. Ihr seht sehr viele Grünflächen. Ähm, das könnte einfach ein Problem gewesen sein. Äh, ich möchte im nächsten Part dann gerne entweder in die Innenstadt gehen. Mit euch gegebenenfalls, wer in Dortmund wohnt. Ja, keine Ahnung. Und vielleicht Zeit hat, zufällig. Oder, äh, eure Pokémon-Bilder zeigen. Ja, auf Twitter. Hashtag DaluKartPKM. PKM für Pokémon. Und, äh, dort könnt ihr mir eure lustigen Pokémon-Bilder schicken. Oder, äh, gerne auch lustige Arena-Namen. Oder Pokestops, whatever. Irgendwas, was ihr gerne zeigen möchtet, können wir da machen. Ich würde mich wirklich sehr über euren Support freuen, äh, damit ich hier weiter mit Pokémon Go machen soll. Denn ich hab super viel Spaß dabei. Und ich hoffe natürlich, dass das Spiel gut bei euch ankommt. Denn, äh, ja, das Ganze geht so Hand in Hand. Selbst wenn ich Spaß dabei hab und es kommt nicht bei euch gut an, dann würdet ihr es vielleicht gar nicht aufnehmen, sondern nur für mich spielen. Deswegen würde ich mich freuen, äh, wenn ihr mich da ein bisschen supportet. Denn die Reise ist gleich auch schon wieder zu Ende. Die Arena, die hatte ich einmal angeklickt und da mussten wir leider nicht hin. Das waren vier Pokémon drin oder drei Pokémon drin, alle über tausend oder so. Ähm, die hätte ich da gerade nicht schaffen können. Und da müsste ich ein bisschen aufpassen. So, ähm, hier haben wir noch einen Pokestop. Und wie gerade schon gesagt, die Raupe haben wir hier in der Betriebsbahn. Das ist ziemlich witzig, das ist ganz cool. Da war ein Poké-Ei drin und ein Superball. Beides ganz nice. Da gucken wir uns mal eben an, was das Poké-Ei hat. Nein, nicht Horn-Diode, das Poké-Ei. Ich hab eins mit zehn Kilometern in der Mitte. Und das ist noch nicht geschlüpft. Was da rauskommt, werde ich euch natürlich zeigen. So, und ich würde sagen, der Part, der endet jetzt hier. Leider konnten wir die Arena noch nicht machen, aber wir werden auch schauen, dass wir beim nächsten Mal an die Arenen rankommen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, ihr habt auch noch Bock auf Pokémon Go. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und denkt dran, heute 20 Uhr, Pokémon-Weiß-Edition auf meinem Zweitkanal, auf meinem Singleplayer-Let's-Play-Kanal. Der Link unten in der Videobeschreibung oder rechts in der Abo-Box. Macht's gut, bis dahin. Tschau.